Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foot-Tour in Burdur und Isparta. Isparta ist die Heimatstadt von Burak Jones. Mit dabei! Isparta! Hüseyin! Kärlech! Enasun! Kakao. Er sagt Kakao. Er dachte, wir machen ein Outro. Wir sind zu Gast im Antalya Sport-Training. Wir haben eine Fotos mit Sergen Yalçın gemacht. Hüseyin, wissen Sie, Sergen Yalçın? Ah, wissen wir nicht. Körpüche Kulak diler, aber dann war er ein Futbolc. Und jetzt ist es Sparta. In Sparta, wir gehen. Meine Damen und Herren, wir sind im ersten Spot. Fischki Mehmet. Ich kann den Namen nicht ausgült. Fischki Mehmet. 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 Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Burdur, Shisch. Ustam Kulayga Essin. Das Brot kommt auf die Spieße rauf und nimmt den Juice. Alles wird auf Holzkohle gemacht. Und zack. Guckt euch mal diesen Saft an, meine Damen und Herren. Das Brot schmeckt einfach nach Grillarum, aus dem geilen Ofen kommt. Shisch im Burdur ist wohl das berühmteste Essen hier in der Stadt. Ich wollte gleich was droppen. Ganz kurz. Es ist so lecker. Super. Amteladaki Ibo mu, Burduradaki Mehmet. Aber es ist Mehmet, es ist Ibo als Joto. Es ist Mehmet auf Ibo Kopf. Also sowas machen wir eigentlich nie. Wir haben uns noch eine Portion bestellt, obwohl das unser erster Spot ist. Ich möchte mich nicht mehr auf Siemenschen. Es ist so lecker. Man kann ein bisschen nöp'er. Ich möchte mich nicht mehr auf. Ja, ich möchte mich nicht mehr auf. sind bayer türchçe ürettik sana geldik ferah kebaba sparta da ist meine damen unseren nächste station Zerdach Kebab und hier soll es den berühmten Ispanter Kebab geben. Wie fangen an mit Karbunet Pilabe? Ich bin geflasht. Warte mal, ist das Basu da jetzt in der Nacht? Wir gehen mit Fleisch rein. Bruder, was passiert hier? Was ist das bitte? Isparta Tandır Kebab. Guck dir das mal an, Bruder. Das Fleisch fällt auseinander. Wir haben drei Sachen gegessen. Alles war in zehn von zehn. Was ist das? Was ist das Maximum? Hüseyin abi möchte ein Foto mit Erlassen. Ich habe dir jetzt angeguckt von 10 Leuten, die haben noch nie Schwarze gesehen. Kann sein, ich bin Fan geworden. Ich bin Arab. Hallo, ich bin Arab. Ich bin Arab. Ich bin Arab. Ich mache die Foto-Foto. Eine Foodtour ohne einen Döner ist keine Foodtour. Okay, okay, okay. Das gibt es zu jedem Döner. Ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Tomaten. Hinten dünnen. Unser Foodtour geht weiter. Jetzt gehen wir zu Ahmetin Yeri. Und hier essen wir Kokorecci. I'm in love with the Coco. Ey, ey, ey. I'm in love with the Coco. Ich weiß nicht, was mich erwartet. I'm in love with the Coco. Evet, Kokorecci Hüseyin Usta. Enasen, was denkst du, was das ist? Das ist aus wie Dönerfleisch. Ich weiß es nicht, ja. Pide, keine Ahnung. Ne pidesi, oğlum? Döner lan bu, baksana lan. Dalanın şeyin lan bu, bağırsakları. Hüseyin Usta. Ben çırağım zaten. Çırağım zaten. Timo işi birazdan benden. Şık 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 şık. Telefon ist man da. Türen T-Shirt. Türen 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 Türen. Hüseyin Usta. Türen Türen Türen. Türen Türen Türen. Willst du wissen, was es ist? Türen 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 Türen. Es schmeckt gut. Das ist für mich alles sehr neu. Natürlich ist das neu. Ich sag dir gleich, was es ist. Was ist das für Fleisch, Ozan? Das sind Gedärme. Unsere Tour geht weiter. Türen 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 Türen. Unsere Foto geht weiter, wir sind bei Mahir Bey, Sucukları und Urpide. Ich mag Sucuk, ich mag Pide, ich liebe Össin, Abey. Wir sind im Sucuk-Paradies. Harbi Sucuk. Ein Sucukladen mit einem Fahrstuhl. Ey, Christoph, Sucuk. Wir haben hier Zafer-Gazos. Das ist Gazos aus Asparta. Wow. Meine Damen und Herren, hier ist so eine Stimmung wie in einer Büscherei. Deswegen werden wir dieses Video flüsternd aufnehmen. Du darfst nicht so laut sein, okay? Ich sehe Abey, kannst du's kurz aufnehmen? Ich sehe Abey, Abey, kannst du's kurz aufnehmen? Okay. Nein, ich Sense über Sucuk. Ich werde meine Läden verbringten. Ich werde meine Läden verbringten dabei. Ich werde meine Läden verbringten liebkken, und soll ich so gut nicht warten. Wieso ignored du das? Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich habe es nicht mehr so sagen. So entfernt. Wir sind hier bei Alemin Künöse, wir sind Künöse. Party in Lamborghini, North Korea, Santurin, Lenny, ich kaufe Sissi. Das war ein Live-Flair. Meine Damen und Herren, wir setzen unsere Kultur ohnehin sehen, habe ich vor Ort. Er hat offiziell aufgegeben. Dieser Mann hat niemandem was getan, oh Allah. Ich schwöre. Wow, es tropft noch. Wie haben wir bis dahin erzählt? Wie haben wir bis dahin erzählt? Wie haben wir bis dahin erzählt? Azen, jetzt geht es weiter. Hey! Ich bin der Kaischkopf. Lass uns das nicht mehr machen. Lass uns das nicht mehr machen. Ab zum letzten Spot. Freunde, guckt euch mal bitte diesen Spot an. Diese Luft, diese Atmosphäre, diese Ambiente. Und das Ganze wird abgerundet mit diesem Salat. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß. Oder Jungs? Auf jeden Fall, Bruder, für Kaivakraft. Ja! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr ihn noch mehr aus der Konstellation sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wir würden uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und... Kakao! 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 Kakao!